ja der ist mehr lost als ich er hat den grünen näherunfall nicht gesehen ja na ja war nicht so schön aber war lustig du siehst mich nicht ich gehe nur über die wäscheleine runter da gehe ich mal wieder hierhin weil ach der hat mich jetzt eingetroffen also das war sehr komisch ach wie schön keine ahnung so was gefällt mir so da oben geht es halt jetzt in da oben wird es echt schwer einmal schocken das war was der box der den den sack boxen sagt okay da oben könnte ich da oben mit seinen einzelnen typ und den könnte ich mal den sage ich mal guten tag ich meine sehr heute den gerade guten tag sagen weil er so einsam aber jetzt ist plötzlich wieder der der typik hier gekommen der big boss und sofort ist er gesprungen dann verbrenne ich mal hier das zelt fällt niemanden hat keiner gemerkt ich verbrenne wirklich das ganze zelt okay das ist anscheinend was ganz normales für die wie die es nicht checken wo ist denn der ach da unten ach wow ich hätte von hier nach da gehen können ja wobei es wäre ein bisschen auffällig gewesen so was mache ich mit denen würde sagen ich töte sie immer so voll brutal der toby aber ich kann ja ich glaube dass die das merken würden was war das denn jetzt warum wer wo wie hat er plötzlich in den himmel geschaut und hat mich dann gesehen das finde ich ja nicht sehr sehr originell du bekommst gift du bekommst gilt gleichberechtigung er hat noch nicht gift ja nee noch nicht ganz ich bin ausgewichen ich bin ausgewichen ich bin ausgewichen Ja, na gut, ich, ich, äh... Ah, guten Tag. Ey, jetzt mal langsam hier. Ah, hab deinen Fuß getroffen. Du willst auch noch? Du, Entschuldigung. Ja, jetzt sind alle vergiftet. Juhu. Oh. Sehr schön. Ja, na ja, stimmt schon. Warte, ich, ich kann ja ein bisschen explosiver machen, ne? Ja, explosiver? Hihi, bum bum. Bisschen, bitte? Ey, Prö... Nö, frag mich nicht an. Ähm. Das ist gerade ein bisschen seltsam. Aber, ja. Da komm ich nicht mit. Ja, jetzt steht er zusammen. Oh, der war nice. Immer fürheben. Oh, ich wollte eigentlich gerade ausweichen. Nein, ich wollte... Ich hab gerade... Ich hab gerade zwei gedrückt. Ich hab gerade zwei gedrückt. Naja, gleichzeitig mit drei, vier, fünf und sechs und, äh, Leertaste und... Ach, so ein Schmarrn. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Nee, ich liebe mich nicht bringen. Ach, und das sehen sie nicht, ne? Das ist so schade. Sie sehen nicht, wie ich hier rüber slide, aber sie sehen, wie ich da auf der Mauer stehe und er ist genau unter mir. Das sehen sie. Ah, und zufrieden. So. So, das Wichtigste zuerst. Schatz. Ach, das ist ja jetzt nervig. So, aber jetzt, jetzt machen wir es mal ein bisschen schneller. Aber natürlich werden wir dieses Mal... Bist du nicht hoch? Doch, du willst doch hoch. Du willst nicht hoch. Ah, hier wirst du hoch. Okay. Wir werden nicht gesehen, weil die blind sind gerade. Was sehr schön ist. Und das regnet. Oh, wie schön. Spiderschwein. 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 Macht was denn meins. Spiderschwein. Oh, das hat gereinigt. Sehr schön. Aufheben. Gut. Gut. Mhm. sehr schön so mag ich das gut zwei runterwerfen nicht mich selbst und dann werden wir da kommt der nächste schön und gehe ich jetzt ich gehe ja ich gehe hier guck nicht so ich war ein bisschen zu schnell ich habe gerade ein bisschen rumgeschaut ob jemand kommt sehr schön jetzt muss ich irgendwie da rüber kommen ja danke dass du platz machst du überlebst jetzt noch drei minuten weiter ich gehe da der polymarch muss ich mal schauen wie ich den bisschen dem apropos fahrzeugen kann ich gehe einfach rüber manchmal sind hier blend manchmal nicht wo ist jetzt der polymarch den habe ich aus und raus da ist er aber da ist auch noch jemand ich mache mal die zwei bye bye legendärer oh legendärer scharfschütze 3% fernkampfschaden mit dem bogen ja 3% ist jetzt nicht ganz so viel aber es könnte auch weniger sein also 3% ist ja mehr als 0% ich bin nämlich besser in matte als die in obers karlsruhe bremen so was macht der da oh der fang ich liebe es wenn der fang kommt ist das ja mehr oder weniger als 8 tonnen ja das ist schwer zu sagen also ich glaube sogar das ist das ist weniger aber das musst du ihn mal fragen katschuuu dam 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 ich muss mal schauen dass ich dass der jetzt nicht dahin geht das wäre natürlich ärgerlich oh ja das das zieht er nicht ähm oh der kommt hoch nein nicht runterfringen du soll nein ich bin nicht runtergefallen zum glück ist er taub ich frag mich hier äh fragt die in pre mal dann bekommen wir in 3 jahren eine antwort hast du auch die ganze zeit ähm das lied von äh deichkind im kopf ähm ich wollte äh warte wie geht das ähm das mit äh der party ähm solche ich wollte äh in dortmund oder so feiern aber mein gott dann fahr ich halt nach bremen oder weiß nicht wie das geht auf jeden fall kam bremen mal darin vor und da habe ich jetzt ein ohrwurm davon und ich ja lassen wir das äh beiner wäre ich runtergefallen Ja, dann mache ich halt die vier. Wenn es nicht anders geht. Guten Tag, der Herr. Du kommst jetzt in die Grube. Da, wo eigentlich schon vier oder fünf drin liegen sollten. Aber es nicht tun. Weil der Trubi gestorben ist. Reitachst. Das ist so sinnvoll für mich. Wie. Ähm. Wie was anderes, was nicht sinnvoll ist. Ach Gott. Ich war schon auf. Da kommt ja schon der nächste. Ach, ich wollte gerade so einen schönen Doppelmord machen. Ah, da kommt ja auch schon wieder der nächste. Da mache ich ein Quadrakel. Ähm. Aber wie? Aber wie? Der wird ja jetzt von dem gesehen. Und der wird von niemandem gesehen, außer von mir. Warte mal. Ich mache einfach runter. Hehehe. Das ist cool. Alter, wie. Wie böse ist das denn? Aber das ist cool. Das ist ja richtig cool. Das muss ich öfters machen. Huii. So. Und der da oben. Den könnte ich eigentlich runterklicken. Oh, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Dam, 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 dam. Wobei, wenn er runterfällt und noch lebt, ich glaube, der wird überleben. Äh. Dann mache ich nur einen Popostecher. Für wen? Nicht runterfallen, sonst hören dich die anderen. Ah, jetzt kann ich dich runterschmeißen. Ah, nach da. Ah, schade. Mal runter. Ja. Ich habe eigentlich schon vor einer halben Stunde Ähm. Heldenschlag gedrückt. Aber manchmal läuft es halt nicht. Gut. Schade, dass er nicht runtergefallen ist. Das wäre spaßig gewesen. So, den Polemarch. Den Popo. Warte mal. Wieso ist der aktiv? Den fetz ich mal ins Meer. Und den könnte ich mal töten. Ja, nee. Nicht ohne. Ohne meinen. Oh man, jetzt ist der gerade aufgewacht. Ich glaube, ich spinne. Äh, das glauben alle. Gut. Ähm. Wohin geht der. Wohin geht der? Was macht der da? Ach, zieht er sich gerade an? Nicht ohne mein Hauptgut geht der da ein. So. Ach, da kommt ja der Nächste. Naja, ich warte mal. Nicht ohne mein Haar. Seiner hat dasselbe getan. Lustig. Noch nicht. Wieso ziehst du dein Schwert? Hier ist doch nö. Hahaha. Nein, das war keine Panikattacke. Was hat denn der gemacht? Wow. Ganz, ähm, ganz genau. Wow. Wow. Geht einfach hoch. Und zieht sein Schwert. Ah, er wollte wahrscheinlich kurz die geile Aussicht anschauen. Mit seinem Schwert in Anschlag. Ah, da ist er, ja. Ähm, ich würde sagen, äh, ich gehe mal ein bisschen. Entdeckung. Spatt, patsch, patsch. Wieso sagst du, hey, hast du, äh, hast du irgendwie irgendwas, äh, Augen im Rücken? Geht ja einfach so hoch. So, gut. Dann. Haben wir jetzt. Die Zeit für uns alleine. Guten Tag. Komm mal her. Ey, brüllt er mich an oder was? Jetzt hat er es komplett gemacht. Gut, Junge, der hat mich ein bisschen ins Schwitzen gemacht, aber nur ein bisschen. Für die Haie. Platsch. So, sehr schön. Oh Gott. Junge, also so ein Sensenschlag mit so einer fetten Heitachs gegen die Beine, das tut schon ein bisschen weh. Aber ich habe es überlebt. Oh, was machen die denn da rum? Da ist der ja ganz alleine. Bitte, bitte. Ist das nur einer gesehen? Die sind nur bereit? Gut. Du hast hier nichts verloren. Für Zeug! Für die zwei Götter! Für die zwei Götter? Also das war ja die gleiche Stelle. Das war ja die gleiche Stelle wie beim anderen. Und ich konnte den gerade nicht. Und den treffe ich gerade gar nicht. Ei, ei, ei. Dass er nicht … Das stimmt. Aus diesem Plan, meine Kinder. иноi private quasi im Jungs Das ist das klarten. Nicht gut, ey. Glaubst du nicht? Puh, gut. Aha. Ich bin unzufrieden. Und damit begann die dunkle... Wow. Wow. Der hat gerade angefangen, das Sample... ...zu... ...abzuspielen. Aber... Ich mach mich unsichtbar. Ja, mach dich uns mehr. Ähm... ...aber... ...nach ein paar Sekunden hat er angefangen zu... ...nachzudenken. Bist du wunderschön? Vielleicht solltest du erstmal die Insel weiter schwächen, bevor du zu der Burg gehst, wo der Anführer noch so viele Leute hat. ... ...ja... 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 ...einen von sich getroffen. ...das finde ich lustig. Egal. Gut, dann machen wir zuerst die... ...die andere Festung. Entschuldigung, Ziegen. Ja... ...ja... ...ja... ...okay... ...Kassandra ist motiviert. Ah... ...ah... ...nach so ist es... ...ääh... ...noch gefestigt. Ähm... ...das... ...nach dem Anfang eigentlich ziemlich unmildig. Hm... ...ja... ...also... ...wir waren ja jedes Mal ziemlich nah dran, aber... ...das hat nie gereinigt. ...so... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020